Hallo, es geht um WOLK 4040 und wen habe ich heute dabei hier? Hallo! Mit dabei ist der Topz und die Ronja und der Julian und wir spielen Minecraft Scharf! Im Spaß! Minecraft Scharf! Willkommen! Ich bin ein Scharf btw, nur falls ihr euch gefeiert habt und ich Wolf bin. Ich bin auch ein Scharf. Topz ist auch ein Scharf. Und Julian, du bist auch ein Scharf? Jemand lootete dir die ganzen Kisten von mir. Oh Julian gezögert, Julian ist der Wolf. Alles klar, ich töte ihn dir. Alles klar, holt schon eure Schwerte und eure Mistgabel raus und eure Facken. So, alles klar. Dieser Topz ist ein Scharf, warum sollt ihr mich anlügen? Ja, genau. Warum sollt ihr Lügen haben? Lügen ist in der Sünde, Topz. Ja, Lügen darf man nicht sagen. Lügen würde er auch nicht. Ey, du hast das Video schon mal gezeigt. Lügen darf man nicht sagen. Nee! Okay, ganz ruhig. Okay, ich will heute gewinnen. Ist mir egal, wie ich will. Julian ist bei mir. Julian ist bei dir? Okay. Hallo. Hauptsache ich habe einfach eine ganze Leiste voller Schwerter, voller Holzschwerter. Ey, ich habe nicht mal ein Holzschwerter, ja? Ich habe gar nichts hier. Und ich habe die letzte Folge, weil ich nicht mitbekommen habe hier. Unbedingt direkt bei mir ausstecken hier. Und auch bei den ganzen anderen. Jeder hat die eigene Folge hochgeladen. Und ich habe... Hat hier geschlagen gerade. Topz? Hä, was? Julian? Ja, ich lebe mal noch. Glaube ich. Hoffe ich. Normalerweise würde ja auch dieses immer neuen Schrei kommen, oder? Dann ruhig, okay? Ja, ja, ja. Ich lebe für. Okay, wo bist du? Beim Spielplatz? Okay, ist nichts mehr. Ganz ruhig, okay? Ich würde sagen, lass mich hier... Ich bin bei Flo. Ich bin bei Flo. Okay, okay. Topz, wo bist du? Ich sehe dich. Nein, nein. Flo, halt Abstand von mir. Okay, okay. Komm her, Topz, wenn du willst, kannst du mitkommen. Nee, 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 nee. Ich bin safe. Ihr wisst, ich komme mit euch. Nein, ich komme mit euch. Du bist böse. Nein! Okay, dann nehm ich mal den... Komm mal zum Spielplatz. Ey, ich werde angehauen. Wer? Julian? Komm mal zum Spielplatz. Ronja, lebst noch? Ja, hier, aber irgendjemand hat mich angehauen. Oh, warte. Du hast ne Metallkiste, oder? Hauptsache, Ronja. Ne Metallkiste? Okay. Leute, der Test ist dann. Kommen alle bitte vor die Schule hier zum Testen, okay? Und lasst euch mal testen hier. Lasst euch mal testen. Okay, komm gleich hier. Der Test ist aktiv hier. Der war letzte Folge die ganze Zeit inaktiv, glaube ich. Also jetzt können wir euch hier aktivieren. Ich habe keine Ahnung, wie ich zum Testen komme. Komm, da. Ich bin Scharaß, das versichere ich euch schon mal. Ich gehe sogar hier testen. Aber egal. So, auf geht. Ich gehe mal hier rein hier. Und mal schauen. Der Tester steht nicht immer bei eben 15% der Fälle. Ja. Aber wenn ich... Ich bin ein Schaf, ja. Und? Wo steht ihr? Habt ihr Nachrichten bekommen? Ich bin immer kein Wolf. Habt ihr Nachrichten bekommen? Nein. Nee, nee, nee. Ich glaube, das wird irgendwie grün oder so. Hört ihr was? Könnt ihr was? Also funktioniert das? Ich bin nicht gern sicher. Wo weiß ich, ob jetzt Wolf. Ach, lol. Guck mal, wenn jetzt Redstone Lampenlicht angeht, dann ist ein Wolf. Okay. Okay. Dann ist ihr gerne Wolf. Warte mal ganz ruhig. Ey, Leute. Es ist locker Julian, der Wolf. Ja, Mann. Hundertprozentig. Warte mal, oder? Geh du noch mal rein. Ich hab's bei dir nicht gesehen, Flo. Okay, okay, okay. Ich geh noch mal rein, okay? Alles geachtet auf sich hier. Und? Hast du gedrückt in? Nee, nee. Du musst nicht drücken. Du musst einfach nur reingehen. Ja, aber das ist doch so knapp. Wenn du den drückst, wenn du den drückst und rechts klickst, dann macht die... Nein, das ist kein knapp. Du musst nur reingehen, dann schließt sich, okay? Na? Ich geh noch mal rein. Ich sag's, es gibt eine Wolfspelch, das kann ich der Wolf kaufen, gell? Ja, aber ich... Man muss doch bestimmt diesen Knopf aktivieren. Ganz ruhig. Hey, was denn? Nein, ich... Es kann's wirklich sein. Es gibt eine 1.5. Chance, dass ein scharfes Wolf bekannt wird. Ich sag, wir töten Topps, um sicher zu gehen. Nochmal. Nochmal. Nochmal rein hier. Du musst jetzt... Topps, du musst jetzt ein paar miteinander testen, okay? Damit wir safe sind, okay? Bro, denk mal logisch nach. Okay, warte. Und noch einmal. Einmal noch, warte. Okay. Wenn jetzt noch... Okay, Julian ist da. Julian ist im Eingangsbereich. Wunschönen Julian, sag ich. Komm raus hier. Ich kann rauskommen. Warte. Warte. Warte mal. Kann man hier öffnen? Hallo. Okay, Topps. Alles klar. Topps ist eigentlich Spaß. Und ich porte mir raus hier. TP, Topps, 40. Ich glaube, das ist kaputt hier. Er ist locker, Julian. Ja, es ist Julian. Es ist Julian. Es sagt auch nix. Ah, alles klar. Es ist wir jagen. Warte mal. Was kann ich mir kaufen? Was kann ich mir kaufen hier? Eis und Hanisch. Julian, los, komm. Komm her, lass uns das gehen. Julian, das ist sowas wunderbar. Ja, Julian sagt doch die ganze Zeit gar nix. Ja, das ist richtig auffällig. Ja, das ist richtig auffällig. Ja, komm, okay. Aber der Tester funktioniert. Also man sieht auch, er geht nicht immer hier. Ich seh ihn. Ich hab ihn. Oh mein Gott, komm her. Und drauf und drauf und drauf. Ich schneid ihn den Weg ab. Ja. Nice. Oder warte, war Julian das? Warte, war. Warte mal. Oh ja. Ja. Nice, Leute. Like. Also neue Runde durchs Schritt hier. Mal schauen, ob der Wolf hier besser wird hier. Okay. Ich bin scharf. Ich bin auch scharf. Tester, Tester, Tester. Nicht weglaufen zuerst, okay? Okay, testen wir direkt am Anfang. Okay, schau mal. Tops, wie viele Zeichen sind in dem Satz nach Du bist ein Schaf? Oder Du bist ein, genau. Was steht hier? Lies mal ganz genau vor, was da steht. Lies mal vor, Tops. Was steht da? Hä? Ja, lies mal vor. Würde mich auch interessieren, Tops. Wenn du Wolf bist, ist das eine andere Nachricht. Also was steht hier nach Du bist ein Schaf, Tops? Lies mal bitte vor. Du bist ein Schaf. Ja, und danach? Ja, danach? Die Schafe haben sich gewehrt und der Wolf geschürt ist. Nein! Achte auf deine Freunde! Tops, lies jetzt vor, sonst wirst du offensichtlich das Wolf anerkannt von uns. Tops, wir töten dich. Mit unseren bloßen Händen. Oder heute später. Nein, Freunde. Das hast du wahrscheinlich noch von der letzten Runde. Das hast du von... Leute, ist ein Baubach. Außerdem hast du das Komma nicht mitgelesen. Nee, oha! Alter, ich finde hier jedes Mal neue Sequels hier. Richtig geil hier. Wir müssen mal die ganze Map hier erkunden. Ich bin auch gar nicht überall. Ja, das ist super viel Kram. Okay, Julian, zeig mal ein paar Sequels. Ich hab schon Rüstung hier. Also ich bin schon die nette Quack-Quack-Ent hier von nebenan hier. Aber, Leute. Nächste Runde hier. Nächste Folge, die von Wolf kommt hier. Wer will neue Maps spielen? Wollt ihr jetzt wieder auf der Titanic spielen? Oder in einem Waldgebiet, in einem Holzladen hier? Ich glaube, ja. Ich muss gar nicht fragen. Ihr wollt wahrscheinlich auf die Titanic? Also... Okay. Ich kenn' euch eh nur so zu gut. Auf geht's. Hier ist noch was. Ein bisschen Gold hier. Was kauf ich mich jetzt hier? Ich schweiß mal nicht auf dem Weapon-Case oder den Speed-Poster. Okay. Ich muss sagen, das Schaf-Geflicht nicht so viele items. Nee, das Schaf-Geflicht ist schwer, weil es auch recht teuer ist. Ja, ja, ja. Ich hab' übrigens für ein anderes Schaf hätt' ich ne Lederweste, falls jemand eine brauche. Ich hab' schon eine. Ach, ich hab' schon eine. Ach, ich hab' schon eine. Ach, du hast schon eine. Also, Julian ist bei mir. Also, Julian könnte es sein. Ich hab' er... Also, wenn ich sterbe, ist es Julian. Okay, alles klar. Okay. Ich geb' mich ein bisschen rüber. Und blöp' ins Hand noch rein. Und jetzt bin ich am Anfang. Ey, Abbruch! Wie wir... Wenn ihr alle mal einfach testen geht, ja? Jetzt haben wir ganz euren Tag gesagt. Ich hab' Wolfssuche. Oh ja, wir können... Ich hab' mir wirklich ein Schaf hier. Also, Tops oder Ron, ja? Tops, es ist Hunde... Es ist Tops. Es ist Tops. Ich bin's nicht. Es ist Tops. Ich... Ich schwöre euch, es ist Tops. Hört mir zu. Hört mir zu. Hört mir zu. Ich sag' es ist Tops, weil Tops hat getökert bei dem Vorlesen vorhin. Und der muss hochstrollen, damit er von der letzte Runde hat. Mein Tipp, 100% Tops. Es ist 100% Tops. Du wurdest Thomas von Exposed, Tops, ja? Das war ein cleverer Trick mit dem Vorlesen. Ja, ja. Es ist echt gut, ja? Es ist echt geiler Trick hier. Auf geht's. Ich bin... Ich bin hier beim Spielplatz. Tops, es ist Unsichbar. Es ist Unsichbar. Oh, ich hab' bei der Treppe. Bei der weißen Treppe. Bei dem Eingang? Ja, ja, ja. Über den Eingang, über den Eingang. Bei der weißen Treppe. Ich hab' Unsichbar getrankt. Ich töte Tops, okay? Okay, alles klar. Ich bin Unsichbar mit der eigenen Rüstung. Dann bin ich zu euch. Nur damit ihr wisst, Tops ist ja mit Bob Rüstung. Warte mal. Komm her, komm, komm. Ja. Alles klar. Nein, der Schleifen! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Ich hoffe, du hast gutes Equipment. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, alles klar. Wo bist du, wo bist du? Komm vor der Schule. Komm, trau dich. Ich bin im Eingangsbereich der Schule, wo bist du? Ich bin auch da. Wo denn? Ich hab irgendjemanden schlagen können. Leute, ich bin kein Wolf. Okay, hier. Nein, du bist kein Wolf. Ist entweder er, du oder ich, und ich bin's nicht. Doch, klar. Julian, pass auf, Ronja wird dich umbringen. Klar. Mit meinem gefährlichen Holzfeld. Hier, warte, brauchst du ne Rüstung? Hier, nimm mal. Ja. Ja, danke. Als Zeichen meiner Freundschaft. Als gemeinschaftliches Schaf. Tops! Ja! 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 Nein! Das Slime-Ped ist so weh. Ja! Du hast sie getötet? Nein! Oh! Ich bin der Beste! Ja! Ich hasse dich. Ich auch. Also Leute, keinen Spaß. Okay. Macht nur mir das so Spaß hier. Nein, das ist super witzig. Okay, jetzt bin ich scharf. Okay, ich bin scharf. Und schon wieder inaktiv. Oh, wir sind alle scharf, he? Was ein verrückter Zufall. Alle scharfe? Ich glaub, da ist was faul. Ähm. 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 Es ist Julien. Es ist Julien. Alles klar. Ich sag, wir töten Julien einfach direkt. Okay. Es sei dir vorher, wer wirklich... Es ist einfach wieder Ronja. Es könnte sein, dass Ronja ist hier. Ich mein, bis jetzt war... Es war jetzt, glaub ich, einmal Tops. Einmal, äh... Oder nee, warte. Einmal Ronja. Ich war zweimal. Oder? Ich war noch nicht ein einziges Mal. Alter! Ey, hast du wirklich? Ich bin gespannt hier. Überhaupt nicht. Aber der Wolfshop hat ja immer die brutalsten Items hier, gell? Ja, das ist ja auch... Es gibt auch stärkere Waffen. Was gibt's da so für Sachen? Keine Ahnung. Ich hab noch ein bisschen durchgeguckt grad hier. Aber ultra geil. Die Endspaner Rüst ist mal das Highlight, find ich. Es gibt Spiraled Stars und Zauberstar, mit dem du schießen kannst, glaub ich. Und paar andere geile Sachen. Aber... Geile Sachen sind richtig überteuert. Aber wenn ich schon sterbe. Okay. Flo, ich... Ja, ja. Übrigens, Ronja, das war die Rache dafür, dass du mich voll getötet hast. Das ist okay. Das kann ich... Aber es war... Es hätte mir klar sein müssen. Ja, Ronja, komm jetzt runter in diesen geheimen Raum, wo sonst niemand ist. Okay, Floß bei mir in der Nähe. Achtung. Ja, ja, ja. Bei mir ist auch Ronja in der Nähe. Wow. Okay. Übrigens, äh... Lieben Sand, Carsten, so ein ganzes Loch hier. Wenn man da reinfällt, dann kommt man zu den Teletafeln. Dann kommt man irgendwann zu den Teletafeln. Ah, ja, natürlich. Dann wird man wieder zum Spawn-Geport. Also wenn ihr mal auf der Verfolgung sagt, Zeit hier. Einfach meinen Sandkasten herinspringen. Habt ihr eine bessere Chance hier. Und ich glaub, hier wird irgendwo ein Geheimgekommen, oder? Ja, genau hier. Nein, bist du eben. Unsichtbar, 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 unsichtbar. Okay, Flo wurde getötet. Alles klar. Ähm. Oh. Tops. Du hast nichts gesagt. Normalerweise sagst du immer. Tops ist der Wolf. Hundertprozentig. Warte, Tops ist auch tot? Nee, Tops tut nur so. Hundertprozentig tut er nur so. Hier ist irgendjemand unsichtbar und latscht in der Gegend rum. Hier. Irgendjemand ist... Achtung, jemand greift mich an. Ah. Oh. Wie unauffällig. Von Tops. Wie überaus unauffällig. Mister. Wie geht's dir so? Ah. Unsichtbarkeit ist... Ja. Sattel. So... Broken. Ach, Flo, wie fühlst du dich denn so? Unsichtbarkeit ist einfach nicht schön. Das ist ja... Das ist ja... Das ist ja blöd. Weil Unsichtbarkeit... Ja, wo bist du denn? Ist einfach... Ah. Zu stark. Zu stark. Ja. Ich... Ich bin... Ich bin auf der Map. 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 Ja, ich bin auch manchmal auf der Map. Das ist ja schön. Auf der linken unteren Ecke. Achso. Ah. Ich bin oben. Ich bin oben rechts. Wir fliegen jetzt einfach mal hoch und verschaffen uns hier einen Überblick. Generell über die Map. Okay? Bumm. Alles klar. Nice. Ah. In den ersten Stock. In den ersten Stock. Ah. Ich hab eine gesehen. Außerhalb vom Fenster. Und ich bin nicht rangekommen. Echt? Also ich hab ein Passport. Ja. Da ist es. Ach ja. Ich find's witzig. Hast du mich gesehen, Ronja? Kann das sein? Ich hab... Ich hab dein Unsichtbarkeitsding. Man sieht dann ja, wenn Leute rennen, trotzdem das so kleine Erdbröckechen. Echt, ups. Kannst du meinen Shop, äh, Wolfshop benutzen. Dass du jetzt zwei Killcoins schon. Ja. Hast du... Okay. Hast du den Case auf? Äh... Ich mach... Oh, ihr seid grad... Oh, ihr seid nebeneinander. Ja. Oh, mein Gott. Oh, oh, oh. Gut, gut, gut. Starke Waffe. Ich bin auf deiner Seite, Julian. Was? Oh mein Gott, Julian. Warte mal. Warum bist du auf deiner Seite? Das ist unfair. Julian, wenn du dich jetzt aus deinem Map raufschießt... Naja, weil du mich getötet hast. Einfach mit Unsichtbarkeit. Die am unfairsten Städte dieses Blöden. So, 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 so. Komm mal in den zweiten... Ähm... Den ersten Stock. Ja, ja, ja. In deiner Klasse. Komm mal an. Ich hab schon gesehen. Ich hab dich gerochen. Ah. Nicht den Kompass, weißt du? Weil... Ich wollte dich finden und töten. Deswegen, äh... Du schießt dich aufs Dach. Ach. Wie das? Das sind die Barrieren. Äh... Ich glaub, es geht, ich glaub, es geht aufs Schwimmbaddach schließlich. Hey, kann man hier nicht raus? Hä? Wie blöd? Wie kommt man denn hier raus? Und? Okay, da kommt der nicht hin. Hä? Also du bist... Du bist quasi in Sicherheit. So, zack. Hier geht's auch lang. Zack. Ja. Oh mein Gott. Ey, Topps, was du grad machst, ist grad nicht sehr, äh, productive. Ah, ja, ja, ja. Du musst ihn töten, Topps. Du bist der Wolf. Ey, Topps, du weißt, es sind jetzt nur noch eine Minute oder so. Die Zeit spielt gegen dich, Topps. Ja. Ist okay. Es ist... Es ist zwar kein Fun-Gameplay, aber es gewinnt, also... Hä? Wo... Wo bist du? Julian, komm her. Lass uns... Lass uns treffen. Komm zur Schwimmhalle. Zur Schwimmhalle. Wie kommst du denn da hoch? Wie bist du denn da rausgekommen? Ey, Julian, Julian, kleiner Tipp. Topps ist ein Affe. Hä? Bist du irgendwie... Also das wissen wir von Haus aus... Ha ha ha. Hey, wo ist... Wo kommt man denn da hoch? Hä? Oh mein, das ist doch blöd. Wie kommt man denn da auf das Dach? Ja, wo bist du? Wo bist du? Hä? Was für ein Dach? Geh einfach hier rauf bei der Treppe. Bei der Treppe rauf. Ja. Biologie. Ist hier Barrier? Ja, okay. Kommst nicht raus. Okay. Ja, nein, nein. Ich mein... Wie kannst du noch verlieren? Geh mal auf Sprung... Sprungbrit. Oh mein Gott. Oh. Ganz hohe. Oh. Oh, Topps auf der Haffe. Was? Oh, Julian, schießen ab. Schieß ihn. Oh, 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 oh. Stark, 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 stark. Jetzt wird's kritisch, jetzt wird's kritisch. Okay, wir haben nicht mehr viel Zeit, aber... Oh mein Gott. Ich bin ebenfalls dafür, guter Pratsch. Let's go. Ich bin jetzt scharf. Ich bin jetzt einmal hier in meinem Leben Wolf hier. Es ist okay, egal. Ich bin... Tester, Tester, Tester. Ey, Leute, nicht weglaufen. Leute. Okay, wir gehen zum Tester. Ja genau, teste euch doch mal. Okay, ja gut. Ich teste mich freiwillig. Ich hab... Okay, alles klar. Dann geh. Hast du Items? Nee, oder? Nee, ich hab nur Emeralds. Okay, mal schauen hier. Hast du irgendwas? Oh, 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 okay. Du bist scharf, okay? Ich geh auch rein. Alles klar. So, hier siehst du. Ich... Da können wir uns schon mal vertrauen, okay? Ja, genau, genau. Wir sind mit dem Team. Und, und, und bin ich? Ey, alles gut. Du bist hier. Alles klar. Wir werden safe. Komm mal mit. Kannst du nicht da anlaufen? Okay. Wir sind auch schon los. Die Welt zu Ende. So ist es gerade ein bisschen ruhig. Julian, lebst du noch? Ja. Okay, genau zu euch. Julian, wenn du da angegriffen wirst, dann schreien einfach, okay? Ja. Wir kommen dich retten. Ja, ja. Okay. Ey, warst du schon mal hier hinten, Ronja? Äh, einmal ja, aber mehr oder weniger aus Versehen. Oh, ich hab hier ein... Oh, haben die auch so Hunger wie ich gerade? Ich hab grad übelst Bock auf so'n Burger. Oh, ich hab grad nur mal mitgeessen. Ah, ha! Ey, kann man hier nach hinten? Kann man? Wir können vielleicht außen rumlaufen. Richtig viel Hunger. Oh mein Gott. Ey, Ronja, hier ist keine Truhe. Oh ja? Was ist denn da? Äh, ciao, Ronja. Oh nee! Uh! Oh nee! Ich dachte, du bist tief! Nein! Wenn ich irgendwann Wolf bin, Floh, du bist der Erste, der nicht schützt. Aber Ronja, ich weiß schon, du bist es nicht, okay? Also das steht schon mir safe hier fest. Ist ihr der Schalt noch hier? Ich bin grad hier in der Sporthalle. Ja, aber... Julian test es. Ey, jetzt können wir nicht das Julian es ist. Ich glaub nicht, dass Julian es ist, muss ich sagen. Lass uns doch mal testen, ihr beiden hier. Ja, geh doch mal vor. Ja, geh doch mal vor. Geht zum Tester. Du nimmst den Tester. Du nimmst den Tester. Ist mit automatischem Wolf abgestempelt. Ja, okay. Das hab ich einfach mal hier grad festgelegt. Ja, okay. Ich sag mir hier noch ein paar Sachen hier und dann komm ich auch hier noch mal zum Testen. Aber ich glaub, wie ihr seht. Ich glaub, du hast hier wahrscheinlich irgendwie schnell diesen komischen Wolfs-Pate oder? Nein! Ja, direkt auf Anfall. Oh mein Gott, ich hab ein Slime-Pad. Okay. Kann doch sein. Alles klar. Ey, ich wusste gar nicht, dass ich ein Slime-Pad finden kann. Ich dachte, das ist ein Wolf-Item. Hä? Oh. Das ist ein Slime-Pad. Ernsthaft? Bei der einen Runde war ich doch kein Wolf. Du warst doch in der einen Runde Wolf. Ich bin Tobias! Nein, 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 nein. Ich war doch eigentlich hier oben. Ich hab doch auf die Tribüne hoch. Warte mal. Wer lebt noch? Julian? Ich lebe auch noch. Ihr müsst durch ihn reden. Sonst denk ich... Oh, hier ist eine Kiste außen. Warte mal. Ganz ruhig. Hier ist noch ein Patron hier. Also ich würd einfach... Tops töten. Ganz ruhig. Ich glaub dann töten mit... Dings, oder? Was denn? Hast du Secret? Ein Dearsch... Oha. Da ist eine Ente neben der Chess. Was? Ich bin auch eine Ente. Wack, wack. Okay, ganz ruhig. Ich bin hier gerade beim Spielplatz. Ich bin grad beim Sandkasten. Nur für alle, die mich suchen oder die Autogramm von mir wollen. Spaß. Das muss man schauen hier. So. Also ich bin halbwegs safe eigentlich. Oh, der Wolf hat... Der Wolf hat das Pool geschlossen. Fantasier Barry? Was? Äh... Ich muss nicht... Hä, wo bist denn Julian? Ich bin immer noch in der Schule. Ich bin beim Tester, ich bin beim Tester, Tester, Tester. Was kaufen wir jetzt hier? Was ist das? Fantasier Barry? Ich hab keine Ahnung. Ist es mal hier. Benutzt es mal. Kann man das finden? Oh, mir liegt mein Ultifizack von mir. Keine Ahnung. Das bestimmt irgendein Wolf. Warte. Oh ja. Was hab ich denn hier Schönes gefunden? Man kann's essen. Aber ich will's jetzt nicht essen. Entweder Tops oder Julian ist Wolf. Okay. Schau mal. Schau mal. Flo, Flo, Flo. Oh mein Gott, das ist ein Wolf. Das ist ein Wolf. Julian, Wolf. Ist das ein Wolf. Ist das ein Wolf? Ist das ein Wolf? Doch mal Fantasier Barry, oder? Dann ist kein Wolf. Tops ist schon mal der Fantasier Barry gefunden? Nein. Ey. Das ist Julian. Das ist Julian. Oder Tops ist ein bisschen ruhig grad. Tops? Tops ist tot. Tops ist tot. Vielleicht ist auch Julian tot. Wer ist tot? Wer ist tot? Tops? Julian? Oh nein. Okay. Einer von beiden ist es. Trolley, wo bist du? Wo bist du? Ich bin hier oben auf dem Dach. Äh. Okay, komm mal hoch zu dir. Ah. Also, weißt du, wo ich... Ganz ruhig. Ich weiß nicht, wer es ist hier. Aber irgendeiner von den beiden hier. Es stand sich im Chat bei mir. Einer von den beiden ist, äh, save der Wolf hier. Ja. Aber wir haben uns beide getestet. Wir sind clean. Äh, wir sind clean. Wo bist du gerade? Ich hab ne Enderperle. Ich hab auch ne Enderperle. Kunst? Wo bist du gerade? Ich bin in Kunst drin hier. Ich bin vor Biologie. Also ich bin hier auf dem Dach. Ja, gerne. Eins höher. Ganz oben ist der Höchse. Äh, ich bin auf diese grünen Terrassen draußen. Nee, geh rein hier. Oh, Tops kommt, Tops kommt, Tops kommt, Tops kommt. Ich komme raus, komm. Tops und Tops kommt, Tops und Tops kommt. Tops und Tops und Tops. Tops und Tops und Tops und Tops. Tops und Tops und Tops und Tops. Na Flo, willst du vielleicht derb? Okay, ich verbange dir. Oh, ich hab auch unbedingt in Hilfe. Ich mach unbedingt eine Hilfe. Ich hab auch unbedingt hinkommen soll. Oh, ich bin auf Dach. Du hast so Lack, du hast es so Lack. Vonja, Ronja, wo bist du? Ich bin auf dem Dach über dir. Du versteckt. Über mir. Bist du bei den ganzen Blumen und so? Ne, ich bin jetzt auf dem... Okay, bleib safe, bleib safe. Was ist das? Tops in der Sense, die macht Ultradamage locker. Okay. Also pass mal auf, warte mal. Ich versteck mich. Enderpelle, Weapon Case, die Copy Weapon Case. Flo ist der Traitor. Flo ist der Traitor. Ich bin's nicht. Tops in der Sense. Ich hab dich grad gesehen, Flo. Du bist oben auf dem Dach, ne? Oh, ich hab nen geilen Bogen. Okay. Ganz ruhig. Ich bin ganz ruhig hier. Oh, ne, wo bist du? Ich kann nicht hochholen hier. Okay, ich hab nen Enderpelle für dich. Ich hab nen eigenen Enderpelle. Ich bin gut versteckt. Du solltest mich nicht sehen können. Ähm... Leuchte! Liegst du da hinten? Vielleicht lieg ich da hinten. Okay, aber du steckst echt gut hier. Ich dachte mir gerade, hä, was ist das? Wie viel Zeit haben wir noch? Ey, du könntest eben auch Enderpelle kaufen. Das weißt du. Handy kann man nicht. Doch, kann man. Im Schafshop. Du hast auch nen Schafshop als Wolf, du Depp. Enderpelle kannst du nicht kaufen? Doch. Du kannst auch versuchen, dich runterzudenken. Da ist auch noch ne Kiste. Äh, ganz ruhig. Hier unten, meinst du? Ja, da unten. Also da unten. Ja, genau. Oh, hier steht noch ne Kiste. Oh, mir ist noch eine Minute. Doch, du hast keine Chance hier gegen uns. Warte, Ronja. Ähm, komm mich oben. Oh, warte, 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 hier ist ne Eisenkiste. Ich muss da hin. Ja, ja. Ja, ich bin oben mit dir. Ganz ruhig. Oh, hier ist er. Hier ist er. Hier ist er. Oben auf dem ganz großen Dach hier. Wo seid ihr? Warte, wo ist er? Ich hab ne vielen Pfeiler. Freunde, hier. Komm her, komm her, komm her. Wo bist du? Ich bin unten auf diesem Vorsprung von deinem Dach. Vom Eischest? Ah, vom Eischest hier. Warte, ich geh mal hier runter. Ja, bei der Eischest. Guck über dir. Guck über dir. Oh nein. Da ist Tops. Ich bin unten allein. Nein. Okay, äh, wir töten ihn hier. Ja! Es ist fein, der wird gestorben. Oh mein Gott, das war der Masterplan. Auf geht's, Alter. Wie geil, Sam. Und wenn ich das Iron Golden Pet mache dir 10 Bonusherzen, by the way. Nice. Wir haben gewonnen. Geil. Ah. Das war's aber für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schon unbedingt die Folge bei den anderen an. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.